Nimm an! Schönen guten Tag! Nimm an! Ja, tschüss. Gut, dass du die Aufnahme schon gestartet hast, du bist nicht bei mir. Doch, ich bin bei dir. Wo? Ich bin direkt bei dir. Ich seh' dich. Wo steh' ich denn? Du warst grad weg, du warst grad unter dem Stein, du warst doch stehen! Ich bin direkt hinter dir. Ich seh' dich nicht. Ich bin jetzt direkt vor dir und mein Spiel leckt. Haha, ich seh' dich nicht. Ich seh' dich aber. Vielleicht stört sich das ja nicht. Warte, 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 warte! Ich guck mal, ich seh' dich ehrlich nicht. Genau, ich bin tot. Meine Leiche liegt hier vorne. Warte. Warte, äh, lauf hoch. Na, zurück, links, 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 hoch, genau, da hoch. Jetzt nach rechts bisschen. Rechts, 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 rechts. Da muss meine Leiche liegen, liegt die da? Warte, 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 warte. Du stehst weg auf der Leiche. Warte, warte, warte. warte ich muss es nicht den knopf finden da okay er steht direkt auf meine leiche er will tanzen was passiert ich hab nicht mitgekriegt na du und jetzt noch meine farbe oh mein gott guck mal wie groß ich bin du gehst ja nicht mal bis zu meinen titeln ich weiß der sky guck mal ich laufe einen schritt bleib stehen und pass auf was meine haare dann machen oder auch wenn ich mich drehe okay das sieht normal aus aber so ich laufe 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 bleibt stehen dann meine haare also ich drehe eben um zu dir aufpackt ich werde eingegriffen er hat er in vorn getötet wird vorhin besten als ich tot war getötet ich kann eine attacke einsetzen aber ich bin mit dem stadt zu offen auch ein leveler also willkommen zu echo of soul schönen guten tag und das war kumas begrüßung habe ich das gut gemacht achteile bestellt auf mich ich weiß wie immer ich muss zwölf Meter in diese richtung wir haben wir doch weggekillt wir haben doch weggekillt gehabt den muss ich nochmal am besten sterbe ich jetzt nochmal an dem nein ich helfe dir doch von hier hinten ähm f ist f f f f f f f fertig bei dem spiel musst du einfach immer nur f durch spammen damit was passiert da hinten ist auch einer warte warte ich hab die quest noch nicht fertig hast du auch noch diese quest rette einwohner welche machen wir jetzt zuerst wenn ich jetzt die mit rette einwohner okay und es wird abwarten echt bei mir nicht der vorgleichen schichten müssen irgendwie in diese richtung er darf man ankommen es wird nicht falsch sein wenn man auf die minimap schaut alle müssen durch ein portal mit allein gehen Lass erst mal die Chester unten abgeben. Da, da, da. Ja, wo ist mein Pett? Ich? Ja, du! Oh, jetzt kriege ich noch mal einen total sexy Ausweich. Ich muss meinen LZ aufpassen. Achso, Inventar öffnet mir irgendwie anders. Auf I wie Inventar. Nicht auf B für Beutel. Neues Alter, da haben wir es schon. Sieht schon genauso aus wie das alte. Plump! Ja. Sieht genauso aus. Ähm, ähm. Ich lauf einfach wieder wo hin um die Gegend. Ich brauche noch eine Gilde. So nebenbei. Was müssen wir denn machen? Ich hab keine Ahnung. Das macht vielleicht wieder gar nichts. Ich weiß auch nicht, was unsere Quell... Ach da, das, da. Der muss ich töten. Kumar, helf mir. Warte, ich muss erst diese Eier etwas nehmen. Okay. Ich hab die Eier geäußt. Ich hab überlebt mit neun Lebenspunkten. Wie viel? Neun. Oh, halt bei dir. Oh. Immer diese Harpien, Alter. Ich hatte gerade zwei Stück davon auf einmal, deswegen bin ich so knapp gestorben. Also fast gestorben. Man kann sich auch übertreiben bei den Harpien. Ein bisschen. Damals verfällt was. Danke, Dude. Oh, das wird behalten. Ich hab das Gefühl, die Gegner sind zu stark. Aber man kann auch ein bisschen übertreiben mit diesen Brüsten. Hä, ne. Alter, ich mach gar nichts. Ich drück schon wieder Q und D. Ich hab schon wieder zu Heroes aus dem Storm gezockt gegen dich. Und verloren. Nein. Ich hab zweimal echt dringend gut gewonnen. Ich sterb gleich schon wieder. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Du hast zweimal gewonnen, das ist gelogen. Doch, zweimal. Das glaub ich nicht. Doch, zweimal. Einmal erinnere ich mich. Ja, aber zweimal, ne. Doch, zweimal. Einmal mit Lili. Diese eine Stelle, wo ich nicht aufgenommen hab. Na, du. Warte. Als ob du nicht aufgenommen hast, wenn du mal gewinnst. Dann hättest du wenigstens in der letzten Sekunde angemacht. So schlau bist. Pssch. 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 Dich auch gleich. Pssch. Pssch. Alter. Okay. Ah, wir sind doch hier durch. Direkt nochmal angegriffen beim Besten. Ach, ich hab beide Quests hier fertig. Abgeben. Abgeben. Gibt ne neue. Da hinten hab ich ja alles schon mal gemacht, deswegen weiß ich das. was muss ich hier noch machen aber auch hier aufregende musik wir müssen noch mal durch den selben nest dann komm her wenn du die quest fertig hast nein komm her hast du die quest ach so nein du musst blut aus dem typen rausnehmen wenn du kannst schon ich muss das mit den eiern machen die quest die du als erstes gemacht hast die habe ich als letztes gemacht trotzdem bin ich gerade daran gestorben und noch mal herlaufen und ich verhunger gleich soll ich dir helfen lehre nette am besten sterbe ich jetzt gleich noch mal an dem ich habe einen getötet jetzt kommt der zweite jetzt bin ich tot wo bist denn du ich komme ich bin tot nein ich hau hinten drauf so kommt schon nice ich habe das gefühl die gegner sind zu stark und welches level haben die denn du bist level 13 und ich auch und sind die nicht ich habe das gefühl ich habe das gefühl ich habe das gefühl nein nicht guck mal komm her ich krieg gleich noch einen gürtel dieses spiel doch dieses spiel aber dein gesicht sieht schrecklich aus du stell dich da drauf und dann einfach anklicken und dann mit dem blutkatheter der direkt neben der quest ist und dir in erster Face gehabt was er noch ein bisschen übertreiben nein nicht du meine eben auch ich habe mir schon hinten verkauft beim händler eben als ich auf dich gewartet habe und jetzt es sich was dann wird er auch ein bisschen leerer ich bin satt ich bin auch satt einen neuen helm angesetzt scheinbar wir fehlen wie komme ich jetzt auf mein charakter fenster weißt du schon oder so muss ich noch sagen ich weiß es nicht warte komm her so nimm an dankeschön warte das ist die karte wenn die richtung in der armen immer wogin du kannst du nicht Nichts. Wee, oh Gott. Wie der einfach immer hängt beim Untergehen, wenn man nicht springt. Ja, ist nachreiziert. Aber ich bin gesprungen. Achso, weil wenn ich, als ich bei dir geguckt hab, dann sah das so flüssig aus gerade. Ja. Kann ich irgendwas für dich tun? Oh Gott, das Glück ist best. Ja, gib mir noch mehr Kraftbelohnung. Mein Fisch ist so voll. Guck mal, die töten die vor unserer Nase weg, ne? Hier sind mir zu viele Leute. Ja, es sind nur zwei. Nein, doch drei. Ah, mach mal. Boom. Boom. Verlunde die aber boom. Ja. Ja. Die ... Das ist doch Betana, Alter. Ich war hier wirklich verkrecken die ganze Zeit irgendwie. Da, la, 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 la. Ich hab noch keinen einzigen Kaktus gesammelt. Da hinten ist einer. Weil er nicht weggesnackt wird. Oh, einer von drei. Das läuft bei mir. Hey, nimm mir doch die Kaktus weg. Das ist mein einziger Freund. Hi, Mogi. Wie geht's? Nur auf der Durchreise. Was ist das? Wo kam der plötzlich her? Der ist gespawnt. Aber warum? Jetzt? Bist du gestorben? Nein. Dann ist doch egal. Was ist das? Ba da ba da. Was ist das? Kreise zieht. Mogi, Kuhn, wo bist du? Hier hinten. Ach, warum? Hier, Köln. Das warst du. Ja. Jo, 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 das reicht. Da hatten wir alles wegzmacken. Ja, unser. Fertig. So, ich hab alle Questen fertig. Ich hab zwei von fünf erst. Von diesen Viechern. Cool, ich stell mich in die Ecke und warte. Okay, ich stell mich auch in die Ecke und warte. Von welchen von denen? Nein. Von denen. Von denen. Ich so, in der Ecke stehen und warten. Hilf. Das ist drei von fünf. Alle meine Questen führen nach da hinten. Draußen. Warum? Ja, weil du die abgeben kannst. Die goldenen. Alle Questen, die gold sind, sind fertig. Wie jetzt alle Leute weg sind, ne? Der letzte noch. Der letzte. Vier von fünf. Einer noch. Einer noch. Einer. 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 Geht noch. Einer geht noch rein. Schaut. Einer geht noch rein. Einer geht noch rein. gewesen stimmt das hätte ich wissen müssen wegen letztem als hier schon gespielt haben ja hätte ich hier überall welche eigentlich aber uneigentlich weil diese teleportation in jedem scheiß gebiet und hier sind auch wieder welche wow und noch ganz viel kacktänen ich meine kacktussen wie ist mein name kuma wie ist mein name das ist ein bär gut geschlafen das ist vor allem braucht jetzt ein händler es sind fünstere zeit leider wird es nur noch wird es doch schatzjäger du solltest deine ausrüstung prüfen bevor du aufprichst das sollte ich und Aber im Betrieb ist das... Da 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 da! So ist die Hose besser! Die wird euch nicht angelegt! Ich hab so viele merkwürdig komisch fragwürdigen Kisten! Puste! Wohin du mir jetzt beschreiben müsstest, wo du gerade bist! Ja? Wie würdest du das machen? Ich steh beim Händler! Dort wo wir grad die Kast abgegeben haben! Okay! Mein Name ist Moki und sendet mir ne Freundschaftsanfrage! Was? Mein Name ist Moki und sendet mir ne Freundschaftsanfrage! Was daran müsst ihr verstehen! Ach du bist off? Wie suchst du off? Und ich werde auf Skype angeskypt! Drück die Taste O! Wer ruft an? Egal! Füge einfach hinzu! Oh! Taschen! Hier gibt's Taschen! Was ist das mal so viel Gold! Ähm! Drück die Taste O! Freunde! Ich hab keine Freunde! Aber jetzt werde ich dich vermissen! Ey! Liz Busy hat dich wahrscheinlich angerufen, weil sie mich fragt, wer bist du, weil ich ihr eine Freundschaft freigeschickt hab! Oh! Nehmst du an? Ich kann nicht schrärtig... Äh! Ah nehm so! 5, 4, ah! Ah jetzt werde ich dich vermissen! Wie soll ich bloß ohne deinem super süßen Kanga aushalten? um die noch gar nicht hätte die hätte ich eh ausgezogen die Prozesse aber dafür dass sie es mit einer gestreifen Ballonhose klarkommen Schlagfeld-Info ja pvp und so machen pvp erstmal noch nicht mehr so geht es um Händler so automatisch guck mal rette mich ich weiß nur wo du bist hier geh weg so ha